Prinz Harry und Meghan Makele wurden dafür kritisiert, dass sie versuchten, ihrem Neffen Prinz George am Geburtstag die Show zu stehlen. Prinz Harry und Meghan Makele wurden von einem königlichen Kommentator scharf angegangen, nachdem sie nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung von Prinzessin Kates neuem Foto von Prinz George zu dessen elftem Geburtstag ihr neuestes Manöver unternommen hatten. Am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass das Herzensprojekt des Herzogs von Sussex, die Invictus Games, zum ersten Mal seit 2014 in seinem Heimatland stattfinden sollen. Nachdem Birmingham den Zuschlag für die Ausrichtung der Veranstaltung in einem Wettbewerb gegen den US-Finalisten Washington DC erhalten hatte. Unterdessen wurde Meghan in Montecito bei einem zwanglosen Abendessen mit der Schauspielerin Kimberly Williams-Pesie aus Vater der Braut gesichtet. Der ehemalige GB News-Moderator Dan Wutten sagte in seiner Sendung aus Poken, das ist auch wirklich schrecklich. Prinz Harry hat die Veröffentlichung der Bilder von Catherine Middleton zum Geburtstag des jungen Prinzen George in den Schatten gestellt. In dem er am selben Tag ankündigte, dass die Invictus Games 2027 in Birmingham stattfinden werden. Das zeigt einfach, wie erbärmlich Prinz Harry ist. Er wusste, dass es George Geburtstag war. Er wusste, dass das Bild veröffentlicht werden würde. Er will mit seiner Ankündigung der Invictus Games die Show stehlen. Das ist wieder einmal einfach nur erbärmliches Spielchen. Die königliche Kommentatorin Angela Lewin fügte hinzu, es ist so schade. Ich glaube, Meghan macht das gerne, das haben wir so oft gesehen. Jedes Mal, wenn die königliche Familie etwas tut, muss sie kurz vorher etwas tun und alles wird sorgfältig kontrolliert. Mir wurde oft gesagt, dass sie genau weiß, was sie tut. Es ist kein Fehler, sie ist sehr vorsichtig. Und Harry wurde wohl gesagt, dass er das tun muss. Meghan Markle ist Geständnis über eine verstörende Angewohnheit, die zu einem peinlichen Moment mit Prinzessin Kate führte. Meghan Markle behauptete, sie habe einen Kulturschock erlebt, als sie zum ersten Mal die Familie von Prinz Harry traf. Sie erzählte in ihrer Netflix-Dokumentation, dass ihr erstes Gespräch mit Prinz William und Prinzessin Kate aus einem bestimmten Grund verstörend war. Meghan erinnerte sich, als Will und Kate vorbeikamen und ich sie zum ersten Mal traf, kamen sie zum Abendessen vorbei. Ich erinnere mich, dass ich zerrissene Jeans trug und barfuß war. Ich war eine Uma-Mirin. Ich war schon immer eine Uma-Mirin, mir war nicht klar, dass das für viele Briten wirklich verstörend ist. Sie behauptete, sie glaube, es sei eine äußerliche Formalität, die sich nach innen fortsetzte, was überraschend sei. Ich war schon immer ein paar Minuten. Vielen Dank.